So, wäre ich jetzt aber bi, dann hätte es dieses Problem nicht gegeben. Thick ass auf jeden Fall. Es ist einfach anders, mit einem Typ Sex zu haben oder mit einem Mädchen. Peace, Leute, was geht ab? Ich bin Kostas. Herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, nachdem ich vor Kurzem meine Reihe Vorteile am Schwulsein beendet habe, gab es tatsächlich viele Leute, die gesagt haben, oh mein Gott, nein, diese Serie darf niemals zu Ende gehen. Sie ist so cool. Danke schön. Danke schön an dieser Stelle. Ich hab euch dann aber gefragt, ob ihr vielleicht analog dazu Vorteile an anderen Dingen haben wollt. What can I say? Die Vorschläge sind hineingeregnet. Und eins ganz besonders, nämlich Vorteile am Bi-Sein. Das kann ich noch schöner sagen. Vorteile am Bi-Sein, yeah! Genau, und darum geht's heute. Leute, ich selber bin ja nicht bi. Von daher sind die Erfahrungen und die Vorteile, die ich euch heute präsentiere, nicht aus erster Hand. Aber tatsächlich viel von euch. Ihr habt mir viele Dinge in die Kommentare geschrieben. Ich hab ein bisschen im Internet recherchiert. Und deswegen würde ich sagen, laber ich jetzt gar nicht vorweg, sondern fang einfach an. Uah! Fangen wir direkt mit dem alleroffensichtlichsten an. Die Auswahl. So, das ist das, was mir ungefähr eine Million mal vorgeschlagen wurde. Du hast einfach doppelte Auswahl. Bitch. It's true. Wobei, wollen wir mal pingelig sein. Also, es gibt 70 Millionen mehr Frauen auf der Welt als Männer. Das heißt, wenn du jetzt statt nur auf Männer zu stehen, bisexuell wärst, würde sich deine Auswahl sogar mehr als verdoppeln. Ja. Nur weil du bisexuell bist und du potenziell Interesse an mehr Leuten hast, heißt das natürlich nicht, dass die Leute auch Interesse an dir haben, ne? So, I'm sorry, aber nur weil du bi bist, heißt das nicht, dass die Leute bei dir Schlange stehen. Free to break it to you. Aber trotzdem hast du mehr Auswahl. Next! Okay, du kannst potenziell mit jedem zusammen sein, den du richtig cool findest. Bitch, let's be honest. Also, wie oft kommt es vor, dass du jemanden triffst, der die gleichen Interessen teilt wie du, der einen ähnlichen Humor hat, der dich intellektuell herausfordert und der dann noch mit deiner Familie und deinen crazy Freunden klarkommt? Genau. So weißt du, und dann triffst du diese Person und ich weiß nicht warum, ich hab das Gefühl, das ist wirklich in vielen Fällen dann der beste Freund oder die beste Freundin, aber du findest ihn oder sie zero sexuell attraktiv, weil sie leider nicht dem Geschlecht entsprechen, das du sexy findest. Leute, kein Joke, ich hab wirklich in meinem Leben schon ab und zu diesen Satz gedroppt. Shit, wenn ich hetero wäre, würde ich mich locker in dich verknallen. So, und jetzt stell dir vor, dass in dieser Situation das Geschlecht keine Rolle spielen würde, weil du sowohl Mädels als auch Typen sexy findest und der Liebe steht nichts im Weg. Ich finde immer so, als wäre es für Bisexuelle total einfach, den Partner fürs Leben zu finden. Das würde ich damit nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass es dann vielleicht in dieser Situation nicht an der nicht zusammenpassenden Sexualität scheitert. Dein Liebes- und Sexleben ist abwechslungsreicher. Okay, selbst wenn du als Person, die nur auf ein Geschlecht steht, nicht wirklich darunter leidest, weil du ja dann die Vorstellung, mit dem anderen Geschlecht Sex zu haben, eh nicht sexy findest und dich das nicht anturnt, ne? Es ist ja aber trotzdem so, dass du begrenzt bist. Es ist einfach anders, mit einem Typ Sex zu haben oder mit einem Mädchen. Wenn du jetzt aber sowohl auf Frauen als auch auf Männer stehst, Dude, dann öffnen sich ganz neue Türen in den Körper. Wenn du keinen Bock mehr auf Ladies hast, dann datest du halt Boys. Okay, diesen Punkt hab ich im Internet gefunden, aber ich fand ihn so charmant und funny formuliert, dass ich gedacht hab, ich muss ihn mit aufnehmen. Also, Leute, ich bin mir sicher, dass die meisten von uns schon mal durch eine richtig beschissene Trennung gegangen sind, oder? Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesagt hast oder einen Freund von dir, und wenn nicht, dann hast du es hundertprozentig schon mal in jeder Serie gehört. Wisst ihr was? Ich bin raus, ich hab die Schnauze voll, Frauen sind mir zu anstrengend, daten ist nichts für mich. Ich kauf mir einfach später einen Hund und werd mit dem glücklich. Und der liebt mich dann wenigstens auch zurück. Ja, wir sind in 2K18. Und ich weiß, man muss mit solchen Aussagen mega vorsichtig sein, denn natürlich sind nicht alle Frauen gleich und es hat nicht unbedingt was mit dem Geschlecht zu tun, ob eine Beziehung läuft oder nicht. Da... Ich weiß nicht, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass wenn du jetzt mit einem Geschlecht mehrfach schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass es spannend sein kann, sich auf das andere einzulassen. Die Beziehung dann mit einem anderen Geschlecht bringt noch mal neue Herausforderungen mit sich und ist einfach spannend. Okay, diesen Punkt hatte ich damals auch schon in meinem Vorteile am Schwulsein-Video, wo ich euch coole Mitglieder der Gay-Community präsentiert habe. Und heute möchte ich das gerne tun mit der Bee-Community. Angelina Jolie, Fergie. Wobei, als ich das gelesen habe, war ich mir nicht so richtig sicher, ob das wirklich stimmt oder ob sie das nur gesagt hat, weil sie Aufmerksamkeit wollte. Kesha, Bella Thorne, Pink, Magnus Bain und mein Liebling Channing Tatum. Also, ich sage mal, I know this for a fact. Wenn ihr dann nach Google Channing Tatum B findet ihr auf jeden Fall auch Suchergebnisse. Er hat nämlich mal zur Zeit, als er Magic Mike gedreht hat, getweetet, dass er von der pure Masculinity von seinen Mitschauspielern angeturnt ist und dass er das auf jeden Fall sexy findet. Also, Channing Tatum. Leute, okay, also das ist wirklich so. Ich hatte das schon ein paar Mal in meinem Leben, wenn so meine Hetero-Kumpels sich darüber unterhalten haben, wie thick die Asses von den Ladies sind oder wie fein ihre Boobs sind, dass ich da so neben saß und dachte, Was? Oh, oh, ja, ja, pff, mann, thick ass auf jeden Fall. Leute, ich glaube, ich gehe mal kurz mit meinem Hund. Für immer. Bye. Ja, glaubt ihr, die haben gemerkt, dass ich gegangen bin? So, wäre ich jetzt aber bi, dann hätte es dieses Problem nicht gegeben. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob das auch Auswirkungen auf Beziehungstipps und Beziehungsprobleme hat. Aber irgendwie denke ich mir so, okay, nur weil ich ja selber nicht mit einem Mädchen zusammen bin, habe ich ja trotzdem genug Empathievermögen, um mich in die Situation zu versetzen und mir das vorzustellen und da hilfreiche Tipps zu geben. Weil so, on the bottom line, sind es ja die gleichen Probleme, mit denen man zu kämpfen hat, oder? I don't know. What do you think? Du hast mehr Spaß und Identifikation in Büchern, Serien und Filmen. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, aber ich würde schon sagen, dass ich mich prinzipiell mehr für Homo-Beziehungen interessiere, als für Hetero-Beziehungen in Filmen und Serien und so. Ja, keine Ahnung, also, wenn es zwischen Mädchen und Junge ist, interessiert es mich einfach nicht so sehr, wie wenn es zwischen Junge und Junge ist. Das soll jetzt trotzdem nicht heißen, dass ich pauschal so alle Hetero-Beziehungen hasse, auf keinen Fall. Also, Jack und Rose haben es trotzdem geschafft, mein steinernes Herz ein bisschen zu erweichen. Aber ja, so, in der Regel ist es trotzdem so. Und, keine Ahnung, das finde ich jetzt mega spannend, und das wollte ich euch mal fragen. Also, ich stelle mir das so vor, wenn du jetzt bi bist und du sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen Erfahrung gemacht hast, kannst du wahrscheinlich auch zu beidem besser relaten. Auf der anderen Seite könnte ich mir aber auch vorstellen, dass man sich nie so hundertprozentig repräsentiert fühlt, weil, ja, weil es eben entweder gay, also lesbian und gay, oder straight ist, aber selten bi. Keine Ahnung, das ist nur das, worüber ich mir Gedanken gemacht habe. Du kannst mir ja mal sagen, falls du zufällig bi bist, wie du das siehst. So, okay, und jetzt der letzte Punkt, den ich so ein bisschen aufteile. Wir besprechen ein bisschen davon heute und ein bisschen im nächsten Video. Ein bisschen bi schadet nie. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass Bisexualität so die offenste und entspannteste Sexualität ist, weil es eben okay ist, dass man sich nicht für eins entscheidet, sondern man beides gut findet. Ich meine, es ist ja keine Sache, die man für sich entscheidet. Man fühlt das ja einfach. Aber ich glaube, dass das so einfach mehr Gelassenheit mit sich bringt. Weil, keine Ahnung, ich schon denke, dass viele Leute sich unbedingt in irgendeine Schublade stecken wollen und sich für eine Sache entscheiden wollen. Wobei Bisexualität ja auch eine Schublade ist. Nämlich, dass man einfach beides mag. Aber ich stelle mir einfach vor, dass, wenn du ja nicht diesen Stress hast, dich für eines zu entscheiden, weil du weißt, I like this and I like this, dass das generell mit mehr Verständnis und mehr, ja, Gelassenheit einhergeht. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass aber voll viele Leute richtig verkrampft sind und sagen so, nein, ich muss das oder das sein. Und bei Bisexualität ist es eben so beides. Äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unglücklich ausgedrückt habe, aber darüber reden wir noch mal genauer im nächsten Video. Denn ich habe nämlich einen richtig coolen Kommentar von Kleine Rebellin dazu bekommen, die das alles so ein bisschen kritischer beäugt, die nämlich auch gesagt hat, dass anscheinend Bisexualität selbst in der Community manchmal Schwierigkeiten hat, richtig anerkannt zu werden, weil anscheinend öfter gesagt wird, ja, Bisexualität ist eigentlich nur der Weg zu einem, also entweder hetero oder gay. Aber that's not true, es ist einfach eine existing Sexualität, die genauso eine Daseinsberechtigung hat wie alle anderen auch. Aber ja, darüber reden wir in the next Video. Und auch darüber, warum man überhaupt sich selber mit einer Sexualität bedrucken muss. Also warum haben wir so einen Drang danach zu sagen, okay, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Warum können wir nicht einfach so sein, I don't know, vielleicht heute fick ich das, morgen fick ich das. Oder liebe ich das, ja, let's say it a bit more kinderfreundlich. Wenn ihr noch weitere Vorteile am Bisexuellsein habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und auch wenn ihr Bock habt auf eine weitere Folge, denn ich habe jetzt schon genug Inhalt für ein weiteres Video. Das heißt, viel mehr Vorteile. Und ich hab mir auch überlegt, vielleicht fürs nächste Mal jemanden einzuladen, der selber bisexuell ist, damit ihr dann Vorteile und Erfahrungen präsentiert bekommt, die wirklich aus erster Hand gemacht wurden. Gut, ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt. Dann vielen Dank an Tommy für den Schnitt dieses Videos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute, bis dann!